Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Mann, lad's schneller. Lalalalala. Hui. Da bin ich schon. Darum will ich nicht. Geh mir jetzt. So. Soviel zum Ausbacken. Hallo nochmal. Danke für deine Hilfe beim letzten Mal. Da du so gute Arbeit gelernt hast, habe ich noch einen Auftrag für dich. Ah ja. Ich liebe das Haus. Es ist so gemütlich. Ich habe so lange in meinem alten Wohnen gelebt, dass ich ganz vergessen habe, dass so viele Arbeitsumzüge sind. Oh Gott. Okay. Einmal mal auspacken. Oh. kommst du da ein aber sau machen okay so gibt es zu das öffnen und ein damit du bist doch die person die mir beim auspacken helfen hilft nicht wahr ich habe nicht daran gedacht beim ausziehen sauber zu machen oder was weiß ich komme nicht und aufgeräumt werden wenn ich zurück das leben ja bei mir warum hat man so viel 37 und dazu ja so viel müll hier noch mehr müll nein das ist kein müll aber hier ist noch müll ist zu müll? nein vorseits punkt ja je größer desto besser denn die müllzüge können wir müll fassen ohne an kapazierfähigkeit einzubüßen dreimal müll die frau ist jetzt wo hier hinten? ne da ist noch einmal garzeit du ne das ist das ist das ist das ist das ist ein Achso, E, D, eine Kaffeemaschine, sein, Mikrowelle. Schließen und weg ist er, kann man es bitte öffnen, kann nur, nein, die Listur, warum? Ein Top, ja, noch ein Top, noch eine Pfanne. Zu, 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 schließen. Öffnen. Noch, noch so'n, dassel. Achso, egal. Noch eine, noch eine komische Tasse. Mal schließen und weg. So, nächste Gäste. La, 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 la. Ein Kochbuch. Da rein. Zu. Zu. So, kommst weg. Öffnen. Mal rein. Wieder zu. Zwei Kartons. Zwei Kartons. Vase. Noch ein Buch. noch ein buch aber zu ein wir noch ein real da rein so kann es wieder zu ich habe keine ahnung was da machen tut ja aber wo auch da ein raum fertig noch mal toilettenpapier noch mal so viele toilettenpapier ein stern ich weiß öffnen, das kompüren, grüttchen, engine und deo, noch irgendwas und noch was hier bin ich auch fertig hier gibt es nichts Oh, blö. Das war's. La la la. so noch einmal rein da so, in dem Raum bin ich fertig was gibt es hier aus der Terrasse hier habe ich nichts hier schlafen wir zu viel Müll eine Kerze eine Uhr wenn man sowas braucht ein Bild dahin noch ein Bild kommt dahin wie viele Bilder hat die denn? und weg süßer noch ein Buch noch ein Buch noch ein Buch noch ein Buch wieder noch ein Buch 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 und er hat die hmm cool number so 5.000 e-mails gibt es hier irgendwas mein herr und alte elender elenden eine wenig das wird sich jetzt ändern kurz gesagt eine alte müllhofen wird wieder aufholen was ich hier wie ich die bisschen sauer auf und den aufräumen wird ihr dann im nächsten video sehen bis zum nächsten mal